Jetzt wo ich endlich wieder fast gesund bin, können wir weitermachen bei Paper Mario The Thousand Year Door. Apropos, das da vorne ist doch noch diese Tür. Und wir sind hier, denn wir suchen nach einem bestimmten Ort, wo wir Teddybär finden können. Ah, steht der wegen Teddybär. Ja, so heißt auf jeden Fall der Toad. Und den finden wir, indem wir hier zurückgehen und hier oben fliegen. Denn jetzt, seit wir uns durch diese Gitter durchquetschen können, können wir hier entlang. Genau, und hier ist nämlich eine Tür, die uns zu einem besonderen Ort führt. Und da ist es da auch schon, der kleine Teddybär. Du hast den Auftrag übernommen? Es wird etwas gefährlich. Mein Papa ist in die Duellkacke gegangen und bis heute nicht zurückgekehrt. Er hat seinen Job verloren und dachte, er müsste nur dort nach Juwelen suchen. Aber ich will lieber meinen Papa wieder als Juwelen. Bitte hilf ihm. Okay. Das heißt, wir sollen in den Duellkerker hinein und seinen Vater retten. Aber was ist das hier eigentlich genau? Tiefste Etage 0. Okay, hier ist unser Highscore. Wie ich sehe. Aber ich glaube, es geht auch bis Ebene 100 oder so. Vorsicht, nicht hineingehen. Rühre ins Innerste der Erde. Eingang zu den Duellkerkern. Die Orden Ersteingriff und Straßenfeger haben hier keine Wirkung. Okay, das ist nett, dass sie das sagen. Ja, äh, weil wir sowieso schon mal hier sind und den Auftrag angenommen haben. Gehen wir hinein und suchen seinen Vater. Keine Ahnung, wie schwer das sein wird. Aber so schwer kann es doch schon nicht werden, oder? Oho, hier sind wieder diese unterirdischen Goombas. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesehen. Deshalb habe ich mal Goombrina rausgenommen. Nee, die haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Okay, aber die kennt man natürlich schon. Farben aus Peter Mario 1 zum Beispiel. Blub. Äh, ja, das ist ein Gloomba. Gloombas sind diese fiesen Goombas, die im düsteren Trunnen leben. Sieben KP, freier Angriff, freie Verteidigung. Sie sehen zwar aus wie normale Goombas, aber du solltest sie nicht unterschätzen. Wegen der ungesunden Gesichtsfarbe. Das ist normal. Mach dir keinen Gedanken. Sog dir mal dafür, dass du diese Viecher schnell erwidigt hast. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist irgendwie komisch, diesen blauen Schuh jetzt auf einmal zu sehen. Aber macht natürlich Sinn, denn wir sind jetzt viel stärker. Ach, schade. Na, da machen wir sechs Schaden durch sieben, obwohl sechs Schaden natürlich auch schon sehr, sehr viel ist. Hä, was war denn jetzt los? So wahrscheinlich irgendein Ordentlicher dabei hatte. Ist das schon ein bisschen ernst gespielt habe? Wie bereits am Anfang gesagt. Aber okay, wenn das so weitergeht, jede Ebene nur so ein Gloomba, dann ist das ja... Pups einfach. Blub. Und da können wir theoretisch auch tiefer hinein. Duellkerker. Wir sind im ersten Untergeschoss. Ja, okay. Das zeigt immer nur an, wie weit wir jetzt tief... Wie tief wir jetzt reingegangen sind. Genau. Blub. Das ist doch kein Gegner, oder? Nee. Ich bin ja verschicker und ich kann ja ein paar Abkürzungen durch die Kerker. Für eine Hand von Münzen kann ich euch verschicken. Ist das ein Angebot? Ah, nee, warum? Nee, warum? Wir könnten ja noch ein bisschen XP farben. Außerdem wissen wir auch nicht genau, bis wohin wir hier durch müssen, um den Vater zu finden. Deshalb gehen wir jetzt erstmal einfach so lange weiter, bis wir ihn gefunden haben. Und wenn es bis morgen dauert. Oh, das ist auch ein neuer Gegner. Pups. Aber. Klein Problem für Mario. Pups. Und das Publikum freut sich. Was nur aus den Toten besteht, die hier versagt haben. In diesem Kerker. Schon ein bisschen gruselig, aber na gut. Ja, blub. Das ist ein Megasprong. Also ein aggressives Sprong mit Stacheln auf dem Kopf. 3KP-Angriff, keine Verteidigung. Ist ansonsten aber genau wie ein Sprong. Nur auf die Stacheln musst du ein wenig aufpassen. Wird auf diesen Dingern eigentlich nicht... Also, wird diesen Dingern eigentlich nicht schwindelig, wenn sie sich dauernd drehen? Scheinbar nicht. Habe ich noch irgendwelche Items? Oh, ich habe noch Erdbeben. Ja. Ja, nee, ich habe nichts Besonderes an Items. Ich könnte ein Erdbeben versuchen, aber ich glaube, das macht nur zwei Schaden. Und nicht drei. Ja. Na gut. Und zwar cool, weil ich A und B irgendwann gedrückt habe. Cool, yeah. Wow, ist nicht schnell. Okay, jetzt weiß ich, warum die Megasprongs heißen. Aber wenn wir es blocken, da machen die uns keinen Schaden. Okay. Achso, und den Zaun soll ich vielleicht mal ein bisschen aufdrehen. Schon wieder vergessen? Oh, Mann. Folge geht perfekt los. Und da habe ich recht. Egal. Bam. Wuhu. Ich weiß nicht genau, wie das cooles System funktioniert, diese Stunts zu machen. Aber, das ist ein cooles System. Irgendwann werde ich es bestimmt auch schon lernen. Und dummes Geschichte. Yeah. Okay, weiter geht's. Die zweite Ebene war ja einfach nur der NPC, der gesagt hat, hier, gib mir Geld, ich bringe nicht weiter. Wir müssen hier sowieso diesen ganzen Odds irgendwann nochmal machen. Weil ich glaube, später im Spiel wird das Ding erweitert, dass es hier tiefer hineingeht. Also, ich bin mir da nicht sicher, ich habe das Spiel gesagt nie gespielt, aber ich glaube, das ist so. Und nochmal, und da ist ja Geschichte. Ja, einfache Kämpfe. Leider ein bisschen zu einfach. Wenn das hier wirklich so bleibt, dann werde ich das vorspulen. Aber, wir werden sehen, wie das hier gleich weitergeht. Das ist in jedem Raum immer nur ein Gegner und da ist halt immer ein Kampf. Das ist nicht ein Gegner, aber halt ein Overworld-Gegner und dann ein ganzer Kampf mit ein paar Gegnern drin. Das könnte nämlich sein. Ich habe ihn in der Luft angegriffen und das gesehen. Das war ein bisschen knapp. Fast verfehlt. Aber zu lange drückt, dann verfehlt Mario, glaube ich. Und, uh, chargen können wir jetzt auch. Da habe ich wieder vergessen. Ah, ich glaube, ein Erdbeben sollte reichen, oder? Das trifft auf jeden Fall alle. Wir können es mal ausprobieren. Hey. Oh. Na ja, es hat geklappt. Und warum habe ich seinen Pilz nicht bekommen? Das finde ich jetzt nicht fair, Spiel. Ja, aber merkt auch, man kriegt hier viel weniger Erfahrungspunkte als normalerweise. Ah, ne, den Pilz kriegt doch. Nur heute nach dem Kampf. Okay, nett. So, wir wollen natürlich auch noch nach dieser Mission ins Casino gehen. Deshalb hoffen wir mal, dass dieses ganze Ebene hier nicht zu lang dauert. Was heißt Ebene? Das ganze Gedöns hier. Ja, und sobald ich merke, es ist der gleiche Kampf, dann höre ich auf. Ähm, das ist natürlich schwierig. Wie greift er am besten an? Ähm, ich glaube tatsächlich immer noch mit dem Hammer. Ja, aber wenn, dann den Hinteren. Oder, Moment. Machen wir's, machen wir's klug. Machen wir's klug. Gumprina killen wir erst mal den vorderen Gumpur. Und mit Mario zerstören wir dann den Sproing. Den mega Sproing. Nein, was? Ich mach nur zwei Schaden mit dem Hammer? Äh, mach mal dringend ein Hammer Upgrade. Versteht ihr? Weil, naja, ist auch egal. Aber das bräuchten wir auf jeden Fall mal. Wir machen so wenig Schaden. Das kann doch nicht sein. Aber was sein kann, ist ein Level Up und nicht nur das. Wir kriegen doppelte XP. Nicht, dass das jetzt irgendwas bringen würde bei den drei Stück. So mit sechs, okay, krass. Aber das nehme ich trotzdem mit. Ja, huu. Let's go. Level Up. So, was haben wir erhöhen? Ich denke, KP ist noch in Ordnung. Also KP würde ich jetzt nicht machen. Ja, BP oder OP. Sagen wir mal OP. Obwohl BP natürlich auch langsam knapp wird. Vor allem, weil ich es wieder aufladen muss. Aber hey. Durch den Level Up wird es oder so aufgeladen. Habe ich ganz viel vergessen. So, sehr nice. Joa. Fragen wir mal ganz kurz, ob wir jetzt irgendeinen neuen Orden ausrüsten können. Uh. Herzilein P klingt auf jeden Fall sehr nice. Den Schrumpfer. Oh Mann. Ist hier noch sonst irgendwas anderes, besonderes? Der Powerhauer? Schlag zeigt, äh... So, was zeigt der Gegnern... ...was eine Hake ist? Hm. Mehrere Orden verbrauchen mehr BP, wirken aber stärker. Aha. Ja, weiß ich jetzt. Oh, ich sag auch nicht so wirklich. Ja, diese Kampfrauschdinger ist auch ganz nett. Ach, das ist der Charge Orden. Ja, okay. Verstehe. Ich packe erstmal den Powerhauer drin. Warum nicht? Besser, als wenn ich die Ordenpunkte nicht benutzen würde, weil die werden ja nicht verschwenden. Ich kann ja immer wieder ausrüsten. Oder entrüsten. Oder wie auch immer man das nennen will. Oder das ist ja absolut kein Problem. Und vielleicht sollte ich mal auf ihn drauf springen. Das macht wahrscheinlich mehr Schaden, oder? Mein Hammer ist ja nicht so gut. Äh, weiß ich nicht. Ah, dann ist wieder der Gegner. Oh, man. Powerhauer. Merdbeben. Ich glaube, ich kann aber nicht die BP die ganze Zeit verschwenden, ne? Ja, gut. Ich kann aber sonst nichts anderes machen hier in diesem Kampf. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Und ich habe ein bisschen Angst. Noch sind ja die Gegner alle super einfach. Aber wie wird es dann später aussehen? Später werden die Kämpfe wahrscheinlich hier nochmal viel schwerer. Ich hoffe, ich bin dafür vorbereitet. Ich habe keine Items. Also, ich habe ein paar Items, aber nicht genug. Lange nicht genug. Aber hey. Ich merke es erst jetzt. Wir kriegen auch ein bisschen Geld dazu. Und wir haben schon ordentlich Geld gesammelt. Damit könnten wir theoretisch in Rohlingen wieder einen Orden kaufen. Also, was heißt um jeder? Wir haben letztes Mal keinen gekauft, obwohl ich ja wollte. Aber das wäre auf jeden Fall etwas, was wir machen könnten. Und sieh mal einer an. Wieder eine kostenlose Ebene für uns. Ja, du kennst mich schon. Wenn du willst, kann ich dich weiter schicken. Ja, wie gesagt. Das können wir ja machen, wenn wir das zweite Mal hier durchgehen. Wir sind jetzt im achten Untergeschoss. Verstehe. Okay, wie lange müssen wir denn durch? Zehnten? Zwanzigsten? Fünfundzwanzigsten? Das sind meine Schätzungen. Wie lange die ganze Schose hier gehen könnte. Aber, das gehört nochmal zum Spiel dazu. Und geil, den haben wir durch den ersten Getränk besiegen können. Ja, super einfacher Kampf so nütz. Nee, komm. Normaler Sprung reicht für den auch aus. So, dann können wir uns die BP sparen. Und erst... Nein, ich hab das Teil irgendwie versaut. Nein. Ich Idiot. Oh Mann. Hat er uns doch einen Schaden zufügen können. Der arme Mario. Hatte so eine Latzhose jetzt so einen kleinen Strich. Und so ein paar Haare im Bart verloren. Und war total unnötig. Ach, armer Mario. Es tut mir leid. Bitte. Kannst du mir jemals wieder verzeihen? Ja. Ich glaube, mit einem Like auf diesem Video könnt ihr uns verzeihen, Freunde. Und hey. Was haben wir denn hier? Ebene 10. Da kriegen wir hier ein Geschenk für mich? Eine große Schatzkiste. Was ist da wohl drin? Es ist nichts Geringeres als der Schnarscher-Orden. Himmelschläfert Mario Gegner ein. Und sie greifen mich nicht an. Was? Ist das eine Attacke? Oder wie funktioniert das? Ich brauche mehr Info. Schnarscher. Mare lernt den Schnarscher. Eine neue Attacke erlernt. Wie Pokémon. Ein Hit für nur zwei BP. Ja, okay. Ist ganz nett. Aber nichts für mich. Zurück zum Eingang. Achtung. Gehst du zurück, musst du nochmal von vorne beginnen. Ja, okay. Dafür kannst du dann mit dem Geld die ganzen Ebenen skippen. Aber hey, wir sind hier noch nicht fertig. Eben eine 10. Zwei erreicht. Und eine kleine Belohnung bekommen. Aber den Vater von dem Teddybär, den haben wir immer noch nicht gefunden. Sorry, Teddybär heißt der eigentlich nicht. Haben wir den eigentlich schon gescannt? Nee. Das ist jetzt wieder eine neue Gegnerart. Und Pockis. Und wo kommen die denn auf einmal her? Ich glaube, alle 10 Ebenen könnte es hier viel schwerer werden, oder? Weil auf einmal wirkt es hier viel schwerer. Das sind Paraglumba. Paraglumbas sind fiese, geflügelte Gumbas. Das werden sie in besseren Tunneln. Da fühlen sie sich wohl am wohlsten. Sieben KT. Drei Eingriff, kein Verteidigung. Sie sind wie Paraglumbas, nur etwas stärker eben. Also sonst nichts Besonderes. Haben die Flügel in so kalten und nassen Teile nicht leicht schimmeln? Ich geh, das ist ja widerlich. Ich weiß nicht, wie du auf solche Gedanken kommst. Das ist wirklich widerlich. Maxi Beben. Knäuft alle an? Dann. Los geht's. Jahu. Das ist wirklich ein bisschen bei der Lieblingsattacke. Macht einfach am... Ich wollte gerade sagen, es macht am meisten Spaß auszuführen. Und dann versaue ich das Timing. Wow, ich mache voll viel Schaden, die Pockis. Wow. The hell? Was geht denn da ab? Erklär mir mal, was die Pockis drauf haben. Ja, das sind Pocki. Pockis sind Kaktus-Manzer mit fiesen Stacheln. Vier KT, drei Eingriff, keine Verteidigung. Pass auf die Stacheln auf. Denn du sprengst, du bist bestimmt ziemlich weh. Pockis werfen mit Teilen ihres Körpers oder fallen auf dich drauf. Außerdem rufen sie gerne Verstärkung. Lass sie uns schnell besiegen. Lass sie uns definitiv schnell besiegen. Äh, trifft Erdbeben alle? Nee, auch nicht. Mann, das ist jetzt richtig ärgerlich, dass ich das Maxi-Beben verkackt habe. Oh, ich Idiot. Charge. Kann ich irgendwie beten? Für mehr Show-Punkt? Ah, hier, Show-Einlage kann ich machen, genau. Hey, Leute. Guck mal, wie cool ich bin. Oh ja, das ist der Mario. Boah, voll cool. Ich wusste gar nicht, dass Mario zuschauen. Ja. Und die verlieren immer ein Stück von ihrem Körper. Kehlen die sich dann irgendwann selbst? Oder wie soll das jetzt gleich? Pass hier eigentlich abgehen. Ja, ich bin Skombrina. Ihr liebt mich. Oh ja, und wie sie dich lieben. Wir haben endlich genug für den Maxi-Beben. Ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen Pockis herausfinden, aber... Nee, ich will die Attacke jetzt nochmal richtig einsetzen. Komm schon. Das war gerade echt peinlich. Ja, hab ich das versaut? Oh, Mann. Das kriegt auch nur ich hin. Weißen? Bam, bam, bam. Oh, ist das schwer. Oh. Ich hätte schwören können, ich hab das Timing da versaut. Aber es hat geklappt. Und bam. Der lebt doch. Was? Ich bin schockiert. Wie lebt der Dude noch? Weg mit dir, Mann. Ich glaube, wenn man auf ihn drauf springt, verliert er auch seine Flügel. Wenn man vielleicht auch machen soll, macht er weniger Schaden. Aber egal. Mann. Die Fallblume. Sehr gut. Drei Schaden auf alle Gegner. Wahoo. Ja, und ich hätte nicht erwartet, dass dieser Duellkerker so lange gehen würde. Den machen wir wohl heute die ganze Folge lang. Der scheint auch nicht der Gegner. Ich hasse den. Die sind super schwer zu besiegen. Ja, das macht doch gar keinen Schaden. Ich weiß auch nicht, was wir gegen die machen sollen. Wenn ich ehrlich bin. Ich schätze, wir könnten uns aufchargen. Ja. Macht eigentlich am meisten Sinn, oder? Plus zwei. Damit wir denen auch schön Schaden machen können. Und du machst den Multi... Den Multi-Cool-Tier auf den da. Blüm. Warum war das jetzt so langsam? Das hat mich voll rausgewachsen aus dem Timing. Hat doch gemacht so viel Schaden. Vor allem der Gumba. Der Gloomba, sorry. Der Gloomba. Das wird ihr natürlich nicht kennen. Der Gloomba, der ist aus dem allerersten Super Mario Bros. Die Gumbas aus der Kanalisation. Aus dem Untergrund leveln. Ich glaube, damals hießen sie noch nicht Blüm was. Bin aber nicht sicher. Ob das irgendwie später dann zusammen... Zusammen... Ich weiß nicht mal. Ob das später so kam, oder nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Bin froh, dass es hier aber tatsächlich doch relativ flüssig läuft. Ich weiß, okay. Ab und zu lasst mich sehr oft richtig lame treffen. Aber trotzdem. Beschweren muss man sich da jetzt nicht. Oh, die Spinnen aus Chapter 2 sind hier. Interesting. Kann ich hier nicht auch erwischen mit dem Erdbeben? Nee, kann ich nicht. Doof. Weniger doof ist aber die Feuerblume. Haha. Ich vermisse diese Animation, wo Mario die Feuerblume auf dem Boden platziert. Der Pflanze zieht die so erstmal so an in Mario Party. Äh, Mario Party, genau. Paper Mario 1. Wobei, wir wussten meine Gedanken hin. Nach der Direct... ...der neuen Paper Mario. Nein. Jetzt ist es andersrum. Der neue Mario Party announced wird. Meine Gedanken kommen woanders. Das ist nur ein Witz, aber... Da war der noch. Okay. Okay. Ich gebe mir das jetzt an. Ich glaube, wir machen es folgendermaßen. Kopfnuss auf die Spini. So. Und da mit dem Hammer auf den Pocki. Weil... ...Gumbrina kann da so oder so nicht den Pocki angreifen. Aber Mario... ...glücklicherweise schon. Boah. Die geben Felix Pini. Schaut mal. 10. Haben jetzt schon wieder... ...ja. Nicht ganz, aber fast ein Dritte eines Nenwerbs. Fast. Ja, eigentlich doch ziemlich schnell. Okay, aber man macht ja auch... ...natürlich viele Kämpfe. So, wie tief sind wir eigentlich mit der Heimann? Sind wir schon bei 15 oder so? Kommt die Maus wieder? Ne, noch nicht. Wo sind wir denn? Sag mal. 14. Echt? Hat er eine Kampf so lange gedauert? Krass. Das ist wirklich krass. Und ich will immer instinktiv mit dem Hammer angreifen, weil ich das cooler finde, aber... Ich glaube, der Sprung macht mehr Schaden. Vielleicht. Ich sollte vielleicht... ...wirklich... ...versuche mehr mit dem... Hä? Ach so, die fliegen. Ja, okay. Die haben den Schwebe-Effekt im Pokémon. Ich sollte mehr versuchen mit dem Sprung anzugreifen. Naja, egal. Ja, Multijump wäre natürlich jetzt toll, wenn der Pocki nicht da wäre. Ey, warte mal. Powerhower könnte ich einsetzen. Mal ausprobieren, ob... Der Vordere ist im Weg. Okay. Dann besitzt man den Vorderen eben. So, weg ist er. Jetzt den Powerhower. Ja! Vier Schaden! Das heißt, Stop, bitte. Oh, ein Hammer! Nee, nicht der Hammer. Durch den Hammer ist ein Eimer von oben runtergefallen. Ja, er hat sich halt jetzt geheilt, aber hey. Er greift uns nicht an diese Runde. Und damit hat er einen fatalen Fehler gemacht. Denn Gombrina hat sehr starke Muckis. Ihr Schädel hat so richtige Muckis, so richtige Adern überall. Sie ist richtig strong. Sollte man nicht unterschätzen. Legt euch nicht mit Gombrina an, Jungs. So. Die ganze Blut nehmen wir mit. Vor allem kriegen wir auch Herzen nach dem Siegten Gegner. Also können wir uns immer schön aufheilen. Das ist natürlich so vorteilhaft. Was ist jetzt, 15? 15. Okay, wenn wir bei 15 immer noch nicht fertig sind. Ich habe schon wieder den Hammer benutzt, ne? Okay, wenn wir bei 15 noch nicht fertig sind. Wahrscheinlich müssen wir bis 20, 25. Ist aber schon arg lange, du. Okay, wir gehen das hier stückweise entlang. Machen wir erstmal zwei Gegner vor Runde. Mit dem Powerhower. Ja, dauert es auch ein bisschen, aber... Ist jetzt die einzige Methode, die ich sehe, wie das hier schnell vorüber geht. Oh mein Gott. Was war das denn? Ja, mit dem Hammer muss man aufpassen. Mit dem Hammer muss man wirklich aufpassen. Okay, aber das Blocken funktioniert zumindest. Sehr gut. Und doch, 45 Zuschauer? Da haben wohl einige Leute das Ticket gekauft. Um Mario hier zuzuschauen. Das ist doch nett. Nein, das ist nicht nett. Doch Mann. Jetzt kann ich einen Hintern. Hockey nicht angreifen. Ah, das ist aber ganz toll. Ja, toll gemacht, Mike. Du bist richtig gut in diesem Spiel. Sorry, Freunde. Ich werde langsam einfach verrückt. Mehr ist es nicht. Ernsthaft? Jetzt kann ich den... Das kann ich auch nicht killen, ne? Ey, ist das blöd. Okay, komm. Dann macht eine Schaueinlage. Dann können wir zumindest das ein bisschen aufleveln. Nein, kein Sprung. Macht den normalen Hammer. Und vielleicht killt er sich ja selber, wenn er sein letztes Körperteil wirft. Wer weiß. Oh, was ist mit dem Netz? Bei Verteidigung. Ja, nice. Ich habe aber das Gefühl, dass die Zauber hier ein bisschen schlechter sind als die Paper Mario 1, die noch waren. Okay, was heißt schlechter halt. Die Power selber sind gleich. Aber die kommen irgendwie immer nur zu Situationen, wo ich sie nicht brauche. Und ja, scheinbar macht der Pock hier einen normalen Dash-Angriff, sowasmäßiges. Wenn er noch ein Körperteil übrig hat. Macht es wirklich Sinn? Ist nur blöd für uns. Aber okay. Und ja, wir machen auch Folge noch so lange, bis wir die Mission ja erledigt haben. Und keine Sorge, wenn wir das nächste Mal hier jetzt zurückgehen zum Duell-Kerker und wir müssen auf jeden Fall irgendwann wieder zurückgehen, werde ich die ersten, weiß nicht, wir werden wahrscheinlich bis 20, 25 Ebenen gehen. Werde ich die ersten 20, 25 Ebenen skippen. Und Mann, warum mache ich immer den Hammer? Ich habe sogar schon noch dran gedacht, so, hey, Hammer. Nein, nicht Hammer, nee, Hammer. Das war mein Gedankengang. Danke fürs Zuhören. Ist ja auch egal. Ja, die Spinner haben viel zu viel Leben, komm. Machen wir ein bisschen schnell weg. Und wehe, ich verkackte das Timing. Wehe. Ich kriege das hin. Sie müssten mir nur Vertrauen schenken. Publikum, schenkt mir die Kraft. Warte mal, warum sind da überall Kursionen im Publikum? Was hat das so bedeuten? Die sind doch unsere Gegner. Warum schauen sie Mario zu? Und das ist so in der Pause von denen. Nein. Ah, ich habe das letzte versaut. Wir leben noch, oder? Oh, Gott sei Dank. Weil ich den Goomba gehauen habe, hat er genug Leben verloren. Oh, Gott sei Dank. Haben aber Glück gehabt. Ich finde das lustig, wie diese Röhren so aufgebastelt werden immer. Sieht immer lustig aus. Ich weiß, ich kann mal leicht glücklich machen. Okay, 17. Gut, gut. Wieder der Gegner. Wieder der nervige Gegner. Und das gleich viermal. What the hell? Das geht gar nicht, Mann. Okay, das letzte Mal. Letztes Mal ist ja geklappt mit Charge. Und dann Erdbeben, ne? Hat ja geklappt. Heißt, mit dir könnte ich jetzt irgendwas anderes machen. Mit dir könnte ich jetzt ne Schaunlage machen. Yeah! Und da die ganzen normalen lebenden Coopers, die werden bald auch zu Knochen trocken. Was? Verringert die Angriffskraft für zwei Runden? Ernsthaft? Ach Mann, das ist unnötig. Und verdammt. Boba, 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 Boba. Gar nicht gut. Ich werde ein paar BP ansteigen lassen. Nein, ich brauche einen Pilz. Ich brauche einen ganzen Pils. Amgam, amgam, amgam. Okay. Ja, da müssen wir jetzt leider die Zeit abwarten. Das macht keinen Sinn, so anzugreifen. Habe ich den Charge noch? Also mag er halt einfach so einen Regenbogen-Effekt. Er glitzert ja immer noch. Er ist glitzer, glitzer. Und dann, glaube ich, zählt das eigentlich noch? Was macht das, wenn ich B drücke? Keine Ahnung, kann damit nicht kontern. Ja, toll. Dreck noch ein Pilz fressen. Na, ganz großartig, du. So, Combrina. Dann zeigt nochmal. Yeah. Dein Lächeln. Dein hübsches, süßes Lächeln. Die ganzen Koopas und Knochen-Troppen, die stehen drauf. Die feiern das. Ah, verdammt. Nein, wenn die hier weiter hinten stehen, ist das schwieriger zu teilen. Alter. Können wir jetzt wieder wachsen? Danke. So, Freunde. Ihr habt euch mit dem falschen Super Mario angelegt. Oh, vier Schaden. Was, weil ich ganz normalen Erdbeben erste Runde machen könnte, hätte so oder so gewonnen. Warte, was, ich glaube schon. Egal. Egal. Er hat einen spannenden Kampf und verspendete Pilze. Aber hey. Alles für die Kleids. Nein, keine Ahnung. Da ist er doch. Aber ich würde trotzdem noch bis Ebene 20 durchziehen, ehrlich gesagt. Ein rampolierter Toad liegt am Boden. Das ist Tierrottel, ein Toad. Er ist Tierdiebärs Vater. Und sein Sohn macht sich Sorgen. Um Tierdiebär zu helfen, musste Tiertrottel schnell retten. Okay. Das heißt, dieser Pocky hat ihn fertig gemacht. Okay, es ist nicht nur ein Pocky. Es sind mehrere Gegner auf einmal. Also, wenn ihr mich fragt, haben diese Gegner es definitiv verdient, mit einem großen Maxi-Bieben platt gemacht zu werden. Da schaut man jetzt in der Krustion und Scheigeis und seltsam gefärbte Knochen trocken. Ich habe keine Ahnung, was dir abgeht, Mann. Aber okay. Darum geht es ja jetzt nicht. Es geht ja jetzt nur darum, zu retten und gerettet zu werden. Und ja, ich möchte noch bis Ebene 20 durchziehen. Ich möchte noch meinen Preis bekommen am Ende. Hallo? Ich meine, ich werde durch diese Mission wahrscheinlich sowieso nur 30 Münzen bekommen. Das reicht mir nicht. Ich brauche noch mehr. Ich glaube, theoretisch kann man auch komplett durchziehen. Also, von Anfang an jetzt schon das Ganze gedünstig durchziehen. Aber, wer macht das wirklich? Ich glaube, nur die Leute, die das Original gespielt haben und schon Pro sind. Das, da gehöre ich nicht zu. Oh, wir müssen sowieso weiter. Ah, wir müssen sowieso bis Ebene 20. Okay. Ah, dann gehen wir. Ja, Kollege. Wir haben noch einen Kampf vor uns. Und erst dann kann ich nicht rausführen. Die Wolke hindert uns. Oh, er hat Angst, er rennt weg. Ich meine, er kann wahrscheinlich nicht kämpfen. Und da verstehe ich seine Angst, aber... Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Der muss besiegt werden. Seine Alte macht mir Angst. Wenn er das einsetzt, dann haben wir ein Problem, du. So, und du verlierst seine Flügel. Verstanden? Ich mag dann Flugangriff nicht. Oh, ich muss viel vergleichend ins Hotel gehen und mich heilen. Das ist ja bisher das Schwierigste im Spiel. Diese Duellkirke. Bist du Ebene 20? Die Beste in diesem Spiel sind bisher nicht schwer gewesen. Oder was meint ihr? Ich denke, da bin ich nicht als einziges mit der Meinung. So, wir haben es geschafft. Ebene 20. Unser Schatz. Richtig? Ja, yippie. Oh, der ist aus dann. Oh, Tony, ich komme. Und wir erhalten den Feuerschlag-Orden. Attackiert Bodengegner, umgeht ihre Verteidigung und setzt sie in Brand. Wow. Das klingt wie ein sehr guter Orden. Aber drei und fünf BP. Also drei OP und fünf BP. Boah. Attackiert aber alle Bodengegner. Das heißt, es ist ein besserer Erdbeben. Man kann es sich selber überlegen. Genau. Freunde, damit sind wir dann fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine ganze Folge lang dauern würde. Aber doch. Es hat ja ganz voll gedauert. Aber wir gehen weg hier. Machen das ein andermal. Wenn ich besser geworden bin. Und Items habe. Genau. Aber von euch kriege ich noch was, ne? Papa, da bist du ja. Tut mir leid, dass ich solche Umscheine bereitet habe. Das Leben eines Menschen bleibt noch ein wertvollster Besitz. Also sein Wertsbesitz. Aber du bist doch... Bist du ein Mensch? Ich werde mir eine neue Arbeit suchen. Auch für den Kleinen hier. Vielen Dank. Ich gebe dir meinen Schatz dafür. Er ist sehr wertvoll. Aber noch wertvoller ist mein Papa. Das hat mir best hier. Oh, wie süß. Ja, die Silberkarte. Ich habe es komplett vergessen, was unser Preis überhaupt war. Die Mitgliedskarte für die Spielhalle. Gültig fürs Mario Marathon. Oh, da. Das hört sich interessant an. Auf Wiedersehen. Und lass ein Like da. Ja. Natürlich auch ein Sub mit der Glocke. Um keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Jetzt geht es wieder richtig weiter hier mit dem Game. Also seid gespannt, seid gehypt und bis dann. Und ja, fast krank, weil ich bin immer noch krank. Ach, Mann. Und ja, fast krank.